Skurrile Tanzbewegungen, verrückte Kostüme und Menschen, die immer wieder das Gleiche tun. Genau solche Bilder eroberten in diesem Jahr das Internet. Der Name dieser Webphänomene Harlem Shake und Flashmob. Aber worin besteht nochmal der Unterschied? Beim Flashmob wie hier an der Universität in Bayreuth geht es in erster Linie um Spaß. Per Twitter, Facebook oder SMS organisieren sich möglichst viele Leute, die dann meist auf einem öffentlichen Platz zusammentreffen. Und dann geht es los. Der eine macht was vor, die anderen machen es nach. In Bayreuth gab es in diesem Jahr gleich mehrere Flashmob. Das Denier en Blanc von dem Neuen Schloss zum Beispiel oder der Zombielauf in der Innenstadt. Beim Videophänomen Harlem Shake geht es dagegen etwas wilder zu. Dabei wird zum gleichnamigen Track von DJ Bauer in meistverrückten Kostümen getanzt. Ob wie hier in Weidenberg, im Star Wars Outfit oder im Ganzkörperanzug – beim Harlem Shake sind in Sachen Skurrilität keine Grenzen gesetzt. Ein Ende dieser Webphänomene ist wohl nicht in Sicht. Woche für Woche tauchen im Netz immer wieder neue Videos auf. Kein Wunder also, dass sich auch in unseren Top 7 ein solches Video wiederfindet. Platz 5 unserer meist aufgerufenen Beiträge belegt deshalb mit fast 3000 Klicks der Flashmob an der Uni Bayreuth. Stehen, damit es weitergeht. So oder so ähnlich könnte man die Aktion von den beiden Studentinnen Maike Wessel und Eva Wittmann der Uni Bayreuth am Dienstag bezeichnen. Die beiden haben einen Flashmob organisiert, bei dem in der Mensa um Punkt 12 Uhr alle Teilnehmer für exakt drei Minuten stillstehen sollten. Egal ob beim Küssen, bei der Essensausgabe, beim Schuhe zu binden oder bei der Suche nach einem Sitzplatz. Was haben sich die beiden denn bei der Aktion gedacht? Ich weiß nicht, wir finden Flashmob einfach cool und wir dachten uns mal was Neues. Das gab es noch nicht bei den Abschlussprojekten. Und dann natürlich so ein Gruppenfreeze für den Anfang dachten wir, das erregt halt Aufmerksamkeit, ja. Flashmob sind scheinbar spontane Zusammenkünfte größerer Menschenmengen, die für einen festgelegten Zeitraum das gleiche tun. Die klassischste Variante ist dabei der Freeze, also das Einfrieren. Nach Ablauf der vorher im Internet festgelegten Zeit bewegen sich alle weiter als wäre nichts gewesen. Das kann sehr eindrucksvoll sein, wenn sich genügend Leute finden, die mitmachen. Beispiele gibt es dafür genügend. Oft finden solche Flashmobs an belebten Orten wie Bahnhofshallen statt. Dafür finden sich im Internet häufig mehrere hundert Leute, die mitmachen und ahnungslose Passanten verwundern. Für den Bayreuther Flashmob hatten sich über Facebook im Voraus rund 180 Teilnehmer angekündigt. Dienstagmittag waren es dann doch einige weniger. Sind die Veranstalterinnen denn trotzdem zufrieden? Also wir konnten nicht genau zählen, weil es waren so viele Menschen hier unterwegs, aber es waren auf jeden Fall, denke ich, 70 bis 100 Leute sind auf jeden Fall stehen geblieben und es war wunderbar. Mehr haben wir uns nicht erhofft. Die Aktion am Dienstag war der Start in eine ganze Reihe weiterer Flashmobs. Was für manche vielleicht unsinnig erscheint, ist das Abschlussprojekt der beiden Theater- und Medienstudentinnen. Aber Sinn machen muss das Ganze auch gar nicht. Denn Flashmobs sind in der Regel vollkommen sinnbefreit und dienen nur dem Spaß und wenn man einen Schritt weiter geht auch der Kunst. Wann der nächste Flashmob stattfinden wird, verraten die beiden nicht. Allerdings wird er sicher wieder an der Uni sein.